KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Vereinsheim der Fischer im Saumgartenweg in Oggersheim am Mittwoch, den 21.10.2020, gegen ca. 23 Uhr in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr schlugen die Flammen bereits aus einem Anbau des Gebäudes heraus. Die Feuerwehr, die mit insgesamt 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur Ursache kann man bislang nichts sagen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzte gab es glücklicherweise keine zu beklagen. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, wird Metropolregion Rhein-Neckar-News nachberichten.